Hyska Ideen, Ingenieure, Innovationen Hyska Ideen, Ingenieure, Innovationen Mit dem Ausbau der Stadtschasse 2183 nördlich von Bindlach wird auch der höhengleiche Bahnübergang beseitigt. Das im Hintergrund bereits fertiggestellte Brückenbauwerk ist auf Ortbetonquälen gegründet. Hier werden die Lasten in den ca. 12 Meter tiefen Bunshandstein abgeleitet. Die an das Bauwerk anschließenden Dämme sollten ursprünglich über das Konsolidierungsverfahren hergestellt werden. Aufgrund der Problematik des Wasserschutzgebietes hier vor Ort musste dieses Gründungsverfahren jedoch geändert werden. Für das Baugrund- und Gründungsgutachten wurde die Technische Universität München beauftragt. Zunächst wurden ergänzende Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Anschließend hat die Technische Universität München ca. 20 Gründungsverfahren untersucht. Das Verfahren mit dem geringsten Eingriff in das Wasserschutzgebiet war eine Gründung des Dammes über Fertigbeton-Rammfähle mit einem Geogitter bewährten Gründungspolster. Hierbei werden die Lasten aus dem Damm über das Geogitter in die Fertigbeton-Rammfähle übertragen und in den Bunshandstein abgeleitet. Hierdurch ist ein Versinken bzw. eine Setzung des Dammes unmöglich. Dammesweissverfahren Vielen Dank. Ich habe jetzt einen kleinen Ruf und einen kleinen Ruf. Ich habe jetzt einen Ruf und einen Ruf. Das ist ein Ruf. Ich habe jetzt einen Ruf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020